Hiermit präsentiere ich euch das Bett Big Rig. Es ist dafür da, Batmans Zeug in andere Städte zu bringen. Es hat drei technische Besonderheiten. Einziehbare Schneeketten für schlüpfriges und schroffes Terrain. Einen Bett Rambock, um jede noch so große Barriere zu durchbrechen. Und Battering schleudern hier, hier und eine geheime. Ähm, irgendwo. Oh, ähm, ich hab vergessen, wo sie ist. Stimmt, jetzt weiß ich wieder wo. Aber das Beste daran ist, Bäm darf das Schmuckstück fahren. Warte, was? Es wurde für dich gebaut, Bäm. Es öffnet sich, damit du einfach reinrollen und es von innen steuern kannst. Okay, dann versuch ich's mal. Wow, sowas von cool. Aber ich bin nicht sicher, ob ich es fahren kann. Es ist so groß. Mach dir keine Sorgen. Ich zeige dir schon, wie alles funktioniert im Big Rig. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Du wirst das schaffen, Bäm. Guck mal, ich hab dir sogar einen Verkehrsführungsplatz aufgebaut. Wow. Das sieht krass aus. Zuallererst merke dir, das Big Rig ist sehr lang, also musst du weite Kurven fahren. Und es ist schwieriger zu bremsen. Also musst du die Bremse sanft betätigen, sonst wirst du auf der Straße rutschen. Und vergiss auf keinen Fall die eingebaute, raffinierte Technik. Wow, wow, wow. Das ist wirklich schwierig. Weite Kurven fahren. Stopp, stopp. Sanft bremsen. Du wirst gegen die Wand fahren. Benutz den Rambo. Ich versuch's ja. Du hast vergessen, weite Kurven zu fahren und sanft zu bremsen und die Technik zu benutzen. Tut mir leid, ich bin nicht sicher, ob ich das schaffe. Es wird schon gut gehen, Bäm. Ich wollte Batman immer helfen, das wisst ihr. Aber dieses Ding ist so groß und hochmotorisiert. Etwas Neues auszuprobieren kann schwierig sein. Aber mit ein bisschen Übung wirst du's im Griff haben. Und wir helfen dir auch. Ja. Übung macht den Meister. Ja, Übung. Übung macht den Meister. Bist du bereit, nach Star City zu fahren? Bereit wie noch nie. Ich muss nur noch kurz den Bad Computer verladen und dann geht's los. Keine Sorge, Bäm. Das ist ein einfacher Transportdienst. Du wirst das meistern. Ja, was kann schon schief gehen. So, so. Die Bad Reels transportieren den Bad Computer. Das klingt nach der perfekten Möglichkeit, um zu... Ohohohohoh. ...chanzen! Haha, los geht's. Oh, ich muss unbedingt aus diesem Ding raus. Rauf auf zu tanzen! Wie ich bereits sagte, mit dem Bad Computer im Laderum des Big Rick haben wir die perfekte Chance, ihn endlich in die Hände zu bekommen. Hahaha. Also, Hut ihn.